Heute bei Bachelor in Paradise. Ich war lang genug allein und such die Richtige. Hast du Bock, jetzt rumzumachen? So, jetzt muss definitiv was passieren. Ich bin bereit für das Paradies. Hi. Oh, shit. Die Frau ist Traum. Meine Wunschvorstellung wäre, dass ich ihr den ersten Kuss geben kann bei einem Private-Date. Willst du mich gleich dicht machen? Ja. Das ist nicht meine Chance auf Liebe, sondern die anderen haben eine Chance. Hallihallo, meine Hübschen. Die hat relativ viel gemacht, oder? Wie kommst du da drauf? Die Leute in drei Jahren, die wollten mich mitmachen. Welcome to Paradise. Guck mal, die streiten sich. Guck, guck, guck. Hör mir doch mal zu. Ich schrei nicht. Ja, es tut mir leid. Ich muss gar nicht schreien mit mir. Ich dachte, zwischen euch wäre nichts. Über Umut habe ich eigentlich nur eine Meinung, und zwar, dass er fake ist. Aber wie fühlst du dich dabei? Das ist schon scheiße. Für mich ist das alles too much gerade. Deswegen distanziere ich mich auf. Ich wollte das klären. Ach was. Ey, Männer. Die Cocktails, die Mädels. Boah, was findest du denn? Leute. Ich hasse Männer, ey. Männer sind so scheiße. Dieser Mann ist nicht dumm. Er weiß genau, da war ja irgendwas. Der Kuss? Hast du es gesehen? Ja. Hör ich schon gar keinen Bock auf Krupp fliegen. Diese Nacht der Rosen hat alles geändert. Wer soll mir denn Rose geben? Das wird doch Entscheidungen geben, mit denen ich jede rechnete. Dir fehlt nur der Reiz? Soll ich jetzt mit anderen ficken? Dann bist du damit cool. Ich hab ja keine andere Wahl. Dann fucking ernst. Ich möchte das Paradies verlassen. Dann will sich hier keiner verlieben. Dann fire away. Dann fire away.